Sie heißt Finja, kommt vom Schmalzenhof, die ist eine Tochter des Haupträmens mit leistungsselbstes Rentow, der ja auf dem Schmalzenhof geht und die Mutter, Schwarzherr, da ist ein Schmutter von Jona von Karlsruhe, eine 7-jährige Tochter des Falkenstein, hat er jetzt das Jahr bei der Verbandsstufenschau hier nochmal beeindruckende Nachzucht auszuweisen, und dann wird er mit dem Titel Elite-Hengst ausgezeichnet und dann geht es über die Mutter vom Hengst Keltbach, die Flammer Staatspring und leistet die Bilder auf, die beiden Eliten Elite-Hengster Montan und Wiegel zurück, die vielen Jahre am Schmalzenhof gezogen, von Neumeyer und auch ausgestellt, So, Matthias, hier hat sie an der Hand, und die Maße 1,51, 20,5 und 1,81. Hier hat sich ein Leib, Von Schmalzenhof gegründet und gospちゃん einen Schmalenhof, über die Kräste und die сказал, Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wir bedanken uns bei Heinrich Neumeyer und zu Matthias, der uns die Finja von Schmalzenhof hier vorgestellt hat, Tochter des Vento, eines der Staatsbremden- und Leistungsstudio, Fiona von Schmalzenhof, Tochter des Feinbittschwein.